Herr Bayer, beim Einsatz der pauschal dotierten Unterstützungskasse ist ja, soviel ich weiß, das weitverbreitetste Modell das sogenannte Kombi-Modell. Was darf man sich jetzt darunter vorstellen? Ja, das Kombi-Modell, das ist eigentlich das Modell, was wir in unserem Liquiflex-System mit Liquiflex-Kombi bezeichnen. Das ist eigentlich nichts anderes als die Kombination von arbeitnehmerfinanzierter Zusage und arbeitgeberfinanzierter Zusage. Das ist natürlich arbeitsrechtlich auch leicht als Jungteam zu gestalten. Das heißt, nur der Mitarbeiter bekommt durch den Arbeitgeber etwas erstattet oder etwas zugesagt, der auch eigens Entgeltumwandlung betreibt. Das ist aus meiner Sicht wesentlich fairer, das ist wesentlich transparenter und das ist einfach nicht das alte Gießkannenprinzip. Wem sich die eigene Altersvorsorge etwas wert ist, da kann auch der Arbeitgeber sagen, mir ist deine Altersvorsorge etwas wert und ich gebe etwas oben drauf. Jetzt die Vorteile, die mit diesem Kombi-Modell verbunden sind, die sind natürlich vielfältig. Zum einen mal fördert der Arbeitgeber dadurch die Altersvorsorgung des Mitarbeiters, hat eine ganz andere Effizienz dadurch. Und was das Entscheidende ist, mehr Mitarbeiter machen dadurch natürlich mit, die Mitarbeiter wandeln höhere Beträge um und auch der Liquiditätseffekt für das Unternehmen, der ist letztendlich natürlich größer und auch die Mitarbeiterbindung, die damit verbunden ist, ist letztendlich größer. Das ist mal der eine ganz wesentliche Vorteil. Wir gestalten es in der Regel mit zwei Zusagen. Das heißt, die Zusage ist auf die Entgeltumwandlung, die sofort unverfallbar, die Arbeitgeberzusage ist zum Beispiel erst nach fünf Jahren unverfallbar. Das kann für viele Arbeitgeber zum Beispiel sehr interessant sein. Wir können die Zusagen natürlich unterschiedlich ausgestalten. Die eine als Rentenzusage, die andere als Kapitalzusage, die Entgeltumwandlung mit hinterbliebenen Leistungen, zum Beispiel die Arbeitgeberzusage ohne hinterbliebene Leistungen. Das ist ein sehr klassisch bewährtes Modell und in unseren Unterstützungskassen haben wir dieses Liquiflex Kombi-Modell zu gut 90 bis vielleicht sogar 95 Prozent enthalten.